Hallo und herzlich willkommen zu unserem BZ-Talk. Heute sprechen wir mit Bob Blume. Bob Blume ist Lehrer. Er unterrichtet die Fächer Deutsch, Englisch und Geschichte am Wintergymnasium in Bühl bei Baden-Baden. Und Bob Blume ist auch Bildungsinfluencer. Er bloggt und twittert über Bildung, über Schulthemen. Und jüngst ist von ihm das Buch Sehen Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können, erschienen. Über dieses Buch möchte ich mit Herrn Blume sprechen. Mein Name noch an der Stelle, Stephanie Streif. Ich bin BZ-Redakteurin und arbeite im Ressort Nachrichten und Politik. Herr Blume, ich grüße Sie. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Bevor wir auf Ihr Buch mit diesem wirklich überdeutlichen Titel zu sprechen kommen, würde mich interessieren, was lieben Sie an der Schule? Also ich kann wirklich sagen, neben den Fächern, die ich sehr liebe, ich habe Favoriten, aber grundsätzlich mag ich alle meine Fächer sehr gerne, liebe ich es, Schüler wachsen zu sehen. Also was meine ich damit? Gerade, wenn man Schülerinnen und Schüler länger hat, also sozusagen ihre Entwicklung verfolgen kann, aber manchmal auch in Anführungsstrichen nur über ein Jahr in der Theater-AG, kann man sehen, wie aus vielleicht noch schüchternen, jungen Menschen wirklich selbstbewusste Persönlichkeiten werden. Und ich glaube, das ist etwas, was ich wirklich an der Schule liebe. In Ihrem Buch kritisieren Sie unter anderem die Stofffixiertheit oder die geringe und oft unfaire Aussagekraft von Noten oder von Prüfungen. Sie erzählen von Lehrern, die eigentlich kein Interesse haben an jungen Menschen oder die auch kein Interesse haben, Schule zu gestalten oder weiterzuentwickeln. Das war, zumindest mein Eindruck ist so, vor 30 Jahren auch nicht viel anders. Damals war ich Schülerin. Warum hemmt sich das System selber? Das würde mich interessieren. Ja, das ist eine extrem schwierige Frage. Also ich glaube, das Problem ist, dass dieses Schulsystem unglaublich komplex ist. Erstmal ist es ja grundsätzlich so, dass Schule an sich schon ein sehr komplizierter und komplexer Ort ist, weil so viele unterschiedliche Menschen miteinander arbeiten, so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es dann ja so, dass wir schon auch in Deutschland unglaublich unterschiedliche Schulformen haben. Und diese unterschiedlichen Schulformen, die übrigens dann auch wieder in verschiedenen Ländern anders heißen, funktionieren dann auch noch anders. Das heißt, ich war schon ganz froh, dass die Rückmeldung zu meinem Buch wenigstens nicht die war. Das ist bei uns alles komplett anders. Ich glaube aber, dass diese Kompliziertheit des Systems dazu führt, dass es ganz schwierig ist, wirklich mal so einen Hebel zu nehmen und den umzulegen und zu sagen, okay, und jetzt funktioniert das gesamte System anders. Ich glaube schon, dass sich etliche Schulen aus diesem Trott, den Sie vielleicht vor 30 Jahren erlebt haben, schon gelöst haben. Aber das Problem ist, dass sozusagen es keine, ich sage jetzt mal, nationale Bildungsvision gibt, nennen wir es mal so. Also im Prinzip eine Leitlinie, die muss ja auch nicht Verbindlichkeit haben, aber zur Orientierung, die im Prinzip aussagt, das ist das, was wir erreichen wollen zusammen. Und so hat man dann das Gefühl, dass in jedem Gebiet, das man im schulischen Leben so kennt, jeder so vor sich hin werkelt, manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich, man aber im Grunde genommen keine Aussage darüber treffen kann, ob wir jetzt, sagen wir mal, gut dastehen oder nicht. Und wenn wir solche Aussagen treffen, dann sind die ja leider Gottes auch nicht immer so positiv. Also wir haben jetzt sozusagen jüngst gesehen, dass die Lese- und Schreibfähigkeiten, auch die mathematischen Fähigkeiten zurückgegangen sind bei Grundschulkindern. Und nochmal, problematisch ist, glaube ich, an dieser Stelle, dass es ganz schwierig ist, in einem solchen Dschungel von unterschiedlichsten Schulformensystemen und länderspezifischen Besonderheiten tatsächlich einen Hebel zu finden, der dann sagt, das macht das gesamte System besser. Es gibt ja auch äußere Faktoren und innere Faktoren. Also wir haben ja auf der einen Seite eine Schulbürokratie, die viel reglementiert, Schule auch sicher an vielen Stellen in den Korsett packt. Es gibt aber auch innere Faktoren, also Lehrkräfte. Ich habe es vorhin angesprochen. Wie hemmt sich Schule im Inneren selber? Das würde mich auch nochmal interessieren. Ja, ich glaube, dass Systeme sich sozusagen aufrechterhalten. Also was will ich damit sagen? Nehmen wir mal so eine positive Version von Schule oder Lehrkräften. Eine positive Version, wo man sagt, digitale Medien werden nicht zum Selbstzweck verwendet, sondern sie werden verwendet, um sich mit Experten zu vernetzen, um eigene Produkte herzustellen, zu bloggen. Also das heißt, zu schreiben, im Internet sich mit anderen auszutauschen, die Erkenntnisse, die man bekommt, weiter zu verarbeiten. Also im Grunde genommen das, was viele ja außerhalb der Schule oder nach der Schule auch schon machen. In einer solchen Version muss eine Lehrkraft eigentlich keine Angst davor haben, ersetzt zu werden, ist Lernbegleiter im besten Sinn und natürlich dann auch digital möglichst erfahren. Aber das kann ja auch noch kommen. Das, was viele Schülerinnen und Schüler manchmal noch mitbekommen, ist sozusagen eine Schule, in der die Lehrkraft erklärt, was machen wir wann, zu welcher Zeit, mit welchen Mitteln. Und diejenigen Schülerinnen und Schüler, die das dann mitbekommen und auf dieser Grundlage Lehrkräfte werden wollen, die reproduzieren das logischerweise. Und wenn dann sozusagen das Lehramtsstudium noch nicht so zeitgemäß gestaltet ist, dass es auf diese neue Form von Lernen unter den Bedingungen der Digitalität vorbereitet, dann hat man am Ende sozusagen junge Lehrkräfte, die aber das weiterführen, was sie damals schon für richtigen Unterricht gehalten haben. Und so ist eine Veränderung eben sehr, sehr schwer umzusetzen. Die andere Seite der Medaille ist, dass immer dort, wo, ich sag mal, flächendeckend tatsächlich Unterstützung nötig wäre, also zum Beispiel Digitalisierung fällt ja nicht vom Himmel. Da braucht es Fortbildungsmaßnahmen, damit man hinter Experten an Schulen hat, die das auch weiterführen können. Jedenfalls immer dort, wo Unterstützung nötig wäre, dauert das relativ lange, bis die tatsächlich bei den Schulen ankommt. Und manchmal habe ich das Gefühl, es dauert so lange, dass eine Lösung, die ankommt, sozusagen in diesem schnellen Wandel schon gar keine Lösung mehr ist, sondern dass man dann sagt, okay, jetzt brauchen wir es eigentlich auch nicht mehr. Was mich auch noch interessieren würde, vielleicht können Sie uns auch mal so eine Innenansicht eines Lehrerzimmers, eines Kollegiums geben. Also da wirken ja auch die unterschiedlichsten Kräfte. Das sind die euphorischen Lehrer, die was reißen wollen. Dann gibt es die Lehrer, die vielleicht schon seit 20 Jahren, vielleicht aber auch erst kürzer im Dienst sind und die irgendwie vielleicht eher gemütlich machen wollen, die sich jetzt vielleicht auch denken nach Corona, boah, jetzt soll alles erst mal wieder so werden, wie es war. Was für Kräfte treffen da aufeinander? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Zum einen, weil ich die Innenansicht meines eigenen Lehrerzimmers tunlichst unterlasse. Ich meine, es ist natürlich so, dass in vielen Lehrerzimmern unterschiedliche Kräfte ist, dass es schon immer mal wieder der Fall ist, ist, dass bestimmte junge Kolleginnen und Kollegen sagen, wir möchten gerne was verändern, aber wir werden sozusagen dass man mir das nicht krumm nimmt, aber das positive Vorurteil beispielsweise, dass Berufsschulen und berufliche Schulen im Grunde genommen schneller sind mit der Adaption als beispielsweise Gymnasien, weil Berufsschulen wissen, die Vorbereitungen, die müssen wir pragmatisch so machen, dass diejenigen, die unsere Schule besuchen, danach in der Lage auch sind, mit den Bedingungen klarzukommen, die in der Industrie oder eben im Job nötig sind. Gymnasien tun sich da etwas schwerer mit. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Innensicht, das kann ich glaube ich schon sagen, jedes Lehrerzimmers gerade ist, dass es eine gewisse Belastung gibt, dass es an sehr vielen Stellen eine Überlastung gibt. Und ich glaube auch, dass viele Lehrkräfte nicht das Gefühl haben, dass zu diesen Aufgaben, die ja die Digitalisierung, die Integration, jetzt auch beispielsweise ukrainischer Flüchtlinge und die Inklusion auch als weiteres Beispiel mit sich bringt, dass die zur Folge haben, dass es eine Unterstützung gibt. Sondern was man ja eher hört, ist, dass man doch bitte auch als Teilzeitkraft eine Stunde mehr macht, dass man möglicherweise ein Kind mehr noch in die Klasse kommt. Und so hat man das Gefühl, es summiert sich, alles wird mehr. Und irgendwann sind vielleicht auch engagierte Kollegen an dem Punkt, dass sie sagen, unter diesen Bedingungen kann ich eigentlich nicht noch mehr leisten. Was Sie ja auch nervt, ist, dass die Digitalisierung von Schule vollkommen falsch verstanden wird. Oder häufig falsch verstanden wird. Also gerade nach Corona hieß es ja auch oft, ja, das Digitale kann unmöglich Lehrkräfte ersetzen. Was ärgert Sie an solchen Äußerungen? Ja, mich ärgert oftmals, dass Antworten gegeben werden auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden. Also beispielsweise dieses, das Digitale kann keine Lehrer ersetzen, ist so ein typisches Strommann-Argument. Also dann kann man immer nur sagen, ja, das soll es auch nicht. Es geht gar nicht darum, dass das Digitale die Lehrer ersetzt. Das wäre etwa so, als würde man sagen, der Navigator im Auto hat die Landkarte ersetzt. Natürlich ist es so, dass das Digitale plötzlich sozusagen zu einer Veränderung führt. Einer Veränderung, die erstmal grundsätzlich gar nicht schlecht oder nicht schlecht ist. Nehmen wir mal das Kartenbeispiel. Es gibt ja diesen sehr erfolgreichen Populärwissenschaftler, der dann sagt, wir werden sozusagen alle digital dement, weil wir jetzt den Weg auf einer analogen Karte nicht mehr finden. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich mich daran erinnere, dass Kartenlesen eher dazu geführt hat, dass so manche Ehen wohl kurz vor der Scheidung standen. Was will ich damit sagen? Die Frage ist falsch gestellt. Man könnte theoretisch, so als Experiment, eine Schule auch vollkommen digitalisieren und trotzdem Unterricht wie in den 1950er machen. Ja, also Digitalisierung und Lernen, reflektiertes Lernen im besten Fall im digitalen Wandel, ist eben nicht dasselbe. Sondern reflektiertes Lernen im digitalen Wandel ist ein Lernen, das sich bewusst ist über die Mittel. Also es geht schon auch um die Perspektive, wie benutze ich das? Aber es geht eben auch darum, wie funktioniert das? Wie sind da überhaupt die Prozesse? Jetzt nicht nur, was die Geräte angeht, sondern zum Beispiel auch, was die Vernetzung angeht. Und wie betrifft mich das? Also wie wirkt das? Eine gesellschaftlich-kulturelle Perspektive? Und ich glaube, dieses große Bild, das muss man aufmachen, bevor man davon ausgeht, dass Digitalisierung jetzt nur Wischkompetenz ist oder nur damit zu tun hat, dass man jetzt über den Messenger anstatt über, jetzt hätte ich beinahe gesagt, das Faxgerät kommuniziert. Aber im Grunde genommen ist es das. Also wir müssen weniger über die Digitalisierung sprechen und mehr über reflektiertes Lernen im digitalen Wandel. Was heißt denn das jetzt konkret, also im Unterricht, wenn Sie vor einer Klasse stehen? Können Sie das als Beispiel nochmal konkretisieren? Ja klar. Also grundsätzlich muss man ja eine Sache sagen. Nur weil ich das Digitale mit einbeziehe, heißt das nicht, dass ich ständig online bin und digital erweiterten Unterricht mache. Das heißt, ich arbeite auch mit dem Buch, ich arbeite manchmal auch ohne Buch und ich diskutiere auch genauso. Also man darf sich das nicht so vorstellen, sozusagen Herr Blume kommt rein und plötzlich sieht alles aus wie Raumschiff Enterprise. Aber was, glaube ich, ein ganz eingängiges Beispiel ist, ist beispielsweise, dass wir, wenn wir bestimmte, finde ich auch sinnvolle Lehrplaninhalte thematisieren, beispielsweise Erörterung. Erörterung ist immer wichtig, argumentieren, alleine schon, um die Eltern davon zu überzeugen, warum man jetzt das nächste Smartphone braucht. Aber Scherz beiseite, dann guckt man anstatt ins Buch, in dem ein Thema steht, was, wenn man Pech hat, von 2008 ist, auf Twitter oder auf neueste Blog-Einträge oder auf Diskussionen und Trends, die gerade aktuell und für die Schülerinnen und Schüler übrigens auch in höchstem Maße relevant sind. Und dann zieht man das da raus und alleine jetzt passiv, also das zu lesen und etwas Aktuelles zu haben und dazu beizutragen, wäre schon so ein erster Schritt. Ein zweiter Schritt könnte sein, dass man diese Texte gemeinsam auf einem digitalen Dokument bearbeitet. Könnte man das auch analog? Ja, könnte man. Aber das Digitale hat ja sozusagen die schöne Möglichkeitsform, dass man dann gemeinsam auch daran arbeiten und das verändern kann. Und jetzt könnten wir dieses veränderte Dokument zum Beispiel nehmen und ins Internet zurücktun. Also beispielsweise mit einer neunten Klasse in eine Facebook-Gruppe. Dort hatten Erwachsene, Boomer kann man auch böse sagen, gegen Fridays for Futures gewettert. Kann man auch machen, also wettern jetzt nicht, aber kann man Argumente gegen haben. Die haben ja alle schon mal gehört, die jungen Leute sollten doch in der Schule bleiben, anstatt sich dafür zu engagieren, dass der Planet vor die Hunde geht. Und dann haben wir das rausgezogen, gemeinsam bearbeitet, auf einen Blog wiedergestellt und zurückgepostet in diese Gruppe. Und das ist sozusagen, ja, also das hat wenig mit Digitalisierung der Schule zu tun, aber es hat damit zu tun, dass ich als junger Mensch Relevanz meines eigenen Schreibens, meines eigenen Handelns erfahre und auch Teil dieser Diskussion werde. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit wir tatsächlich auch unsere Aufgabe ernst nehmen, beispielsweise zur Demokratieerziehung, die ja im Bildungsplan auch verankert ist, die aber oft zu kurz kommen, weil man eben sagt, können wir leider nicht machen. Die nächste Klassenarbeit steht an und wir sind erst und wir sind noch, weiß ich nicht, noch nicht Kapitel so weit, wie wir es eigentlich sollten. Da werden die Prioritäten dann aus meiner Sicht falsch gesetzt. Ein Stichwort wäre ja an der Stelle auch Selbstwirksamkeit, selbstständiges Lernen. Das sind ja alles Dinge, die eigentlich gar nicht heute zumindest normalerweise in der Schule vorgesehen sind. Was schlagen Sie da vor? In welche Richtung müsste sich Schule bewegen, um Schüler wirklich zu mündigen, Bürgern zu machen? Ja, also ich denke, man darf auch nicht eine Sache nicht unterschlagen. Es gibt viele Schulen, wo das funktioniert. Ja, also natürlich haben wir so Modellschulen wie in Wutöschen, aber es gibt auch viele Schulen, die eben Freiräume und Möglichkeiten bieten. Aber damit habe ich sozusagen schon die Antwort verraten. Wir brauchen Freiräume. Wir müssen darüber sprechen, was eigentlich wichtig ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir, wie es jetzt beispielsweise in so einer Polemik hieß von einem Verband, dass wir sozusagen irgendwelche zeitgemäßen Formen der Pädagogik plötzlich einführen und stattdessen auf Lesen und Schreiben und Rechnen verzichten. Das meine ich ganz und gar nicht. Also natürlich müssen basale Grundfertigkeiten gelernt werden. Aber ich glaube schon, dass wir Zeit und Raum brauchen, um solche freiheitlichen oder freieren, sagen wir mal, Lernformen auch zu lernen und einzuüben. Weil ansonsten haben wir sozusagen so ein maschinelles Schulverständnis modular aufgebaut. Jetzt arbeite ich das ab, jetzt arbeite ich das ab, jetzt arbeite ich das ab, das im Prinzip dazu führt, dass Schülerinnen und Schülern das Lernen abgewöhnt wird. Und ich finde, Schule sollte schon so funktionieren, dass im besten Fall Schülerinnen und Schüler auch nach der Schule noch Lust zu lernen haben. Und zwar nicht einfach nur als Selbstzweck. Selbstzweck ist trotzdem auch wichtig, finde ich, wie die Kunst. Also dass man sich aus eigenen Stücken auch weiterentwickeln möchte. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit, in der alles so schnell geht und in der man quasi als Lehrer für Berufe die Kinder vorbereitet, die es jetzt noch gar nicht gibt, ist es schon auch wichtig, dass man das Lernen als etwas Lustvolles begreift, als etwas, was einen weiterbringt. Und das geht meistens nur dann, wenn man Lernen auch als Erfahrung begreift, die einen betrifft und wo man sozusagen selber bei ist und sich Dinge auch aussuchen kann. Und deshalb kann ich nur sagen, brauchen wir dafür Freiräume. Aber Freiräume ist ja das, was wir gerade nicht bekommen. Das ist halt die Krux an der Sache. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum immer wieder, wenn von guter Schule die Rede ist, von Mut gesprochen wird. Immer sind die Leute irgendwie mutig, wenn sie was Gutes machen. Was ich mir wünschen würde, wäre eine Schule, in der diese Freiräume für Soziales, für Lernen, für Projektunterricht keinen Mut erfordern würde, sondern vom System quasi mitgedacht wäre. Ihr Buch ist ja weniger eine Hassliste, als eigentlich ein Aufruf zur Veränderung. Sie wollen ja Schule verändern. Jetzt, wie gesagt, wir haben es vorhin schon beschrieben, alle sind Corona-müde. Die Schulen waren über Monate im Ausnahmezustand. Wie kann da überhaupt ein Aufbruch gelingen? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich denke, das ist schon so, dass es Schulen gibt, die schon längst aufgebrochen sind. Also, und zwar im besten Fall, das hat man gemerkt im März 2020, dass es da Schulen gab, an denen eben Leute gelehrt und vielleicht hoffentlich immer noch gelernt haben, die schon seit Jahren digital auch unterwegs sind, da gingen bestimmte Abläufe natürlich viel schneller. Viele Leute haben sich ja gefragt, wieso tun sich die Schulen so schwer? Und da muss man einfach sagen, naja, bei einer Schule mit tausend Leuten plötzlich auf Messenger umzusteigen, ohne dass man jemanden hat, der da verantwortlich ist, dass man die Abläufe kennt und so. Das ist wie sozusagen während des Fliegens eines Flugzeugs auf einen Hubschrauber umsteigen. Das ist schwierig. Ich glaube, momentan ist es tatsächlich so, dass wir in einer Situation sind, die ganz schwierig ist. Also, ich kann natürlich wieder nicht für alle sprechen, aber viele Schülerinnen und Schüler sind, ja, ich sage jetzt mal, ausgelaugt auch. Dieses Schuljahr war vor allen Dingen zu Beginn ein sehr belastendes mit dem ganzen Testen, den ganzen Hygienemaßnahmen. Hygienemaßnahmen gleichzeitig, hat sich ja nichts anderes verändert, gleicher Stoff, gleiche Klassenarbeiten und so weiter und so fort. Also, am liebsten würde ich manchmal sagen, also wir machen die Schulen jetzt, also nicht, dass ich hier irgendjemand in Panik versetze, aber wir machen die Schulen jetzt nochmal drei Monate zu und bauen es wirklich nochmal von neu auf erstmal. Da wir das nicht machen können, ich glaube, es ist wichtig, dass diejenigen, die sagen, uns ist es wichtig, Schulentwicklung zu betreiben und über gutes Lernen nachzudenken, denn das ist letzten Endes, ist es das. Ja, darum geht es. Fragen nach Digitalisierung beispielsweise, Fragen nach Fortbildung und so weiter, die kommen, die kommen da mit. Ja, die sind, das ist ja kein Selbstzweck, wie gesagt, das ist ja eher die Antwort auf die Frage, wie wollen wir im 21. Jahrhundert miteinander lernen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass sich Leute zusammenfinden, die Überzeugungsarbeit leisten können, aber hier ist sozusagen, die Schulleitungen sind da absolut auch gefordert, entweder das Ganze zu unterstützen oder auch Freiräume zu schaffen. Und Freiräume zu schaffen heißt in Schule und da wird es dann so ein bisschen trockenbeamtisch, heißt aber immer, es braucht Stunden, es braucht sozusagen, wir dürfen nicht davon ausgehen und davon wird oft ausgegangen, dass jemand, der in der Schule arbeitet, jetzt halt alles das, was jetzt auf Schulen zukommt, einfach auch nochmal so macht. Weil das bedeutet mittlerweile, ja, dass es irgendeinen Kollegen gibt, der für ein paar Stunden eine Systemadministration von, ja, nicht mehr von einem Computerraum macht, wie es früher war, sondern dann plötzlich auch noch von 150 iPads beispielsweise. Und das geht nicht, das ist nicht leistbar. Also die meisten arbeiten schon am Limit beziehungsweise mit sehr viel Begeisterung oder Idealismus. Also wir müssen ernst nehmen, dass wir die Bedingungen auch verändern müssen. Wir können nicht immer was draufpacken. Und wie kann man die Begeisterung dann aufrechterhalten? Naja, ich glaube, erstmal müssen wir uns jetzt ein bisschen erholen alle. Und dann kann man das nur aufrechterhalten, indem man immer wieder darüber spricht, dass auch wenn Corona hoffentlich bald mal ganz weg ist, also ich meine jetzt nicht sozusagen nur politisch für beendet erklärt, sondern ganz weg ist, dass wir dann trotzdem nicht zu einer sogenannten Normalität der Schulen zurückkehren, die es vor drei Jahren mal gab, sondern in eine neue Normalität, die Digitalisierung genauso einschließt wie Individualisierung und eben Möglichkeiten, Schule zu einem Ort zu machen, in dem alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Chancen haben. Das wird noch eine richtige Mammutaufgabe. Können Sie das nochmal konkretisieren? Wie könnte die Schule der Zukunft aussehen? Also die Schule des 21. Jahrhunderts? Ja, ich glaube, die Schule des 21. Jahrhunderts würde zunächst mal die Schülerinnen und Schüler länger miteinander lernen lassen. Länger miteinander lernen, damit man zu einem Zeitpunkt sich entscheiden kann darüber, ob man jetzt eher wissenschaftspropädeutisch, also ob man danach vielleicht studieren möchte, ob man dual studieren möchte oder ob man eher was Praktisches machen möchte, dass das viel weiter in die Zukunft verlegt wird. Also ich sage jetzt mal etwas aus dem Bauch raus, angelehnt ans dänische Modell nach der neunten Klasse erst. Die Schule der Zukunft würde sich viel mehr fokussieren auf den Prozess. Und das wiederum heißt, nicht alle machen zur gleichen Zeit dasselbe, um dann am Ende eine Klassenarbeit zu schreiben, in der es um Wissensabfrage geht, sondern es geht vielmehr darum, immer wieder Rückmeldungen zu bekommen, konstruktive Rückmeldungen, die das eigene Lernen betreffen und sozusagen das eigene Lernen und dann auch das Produkt besser machen. Und das ist dann nur möglich, wenn wir deutlich mehrere Lehrerinnen und Lehrer haben, deutlich kleinere Klassen, im besten Fall auch Team-Teaching. Die Schule der Zukunft hätte nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern neben tatsächlich übrigens auch gut bezahlten Systemadministratoren, Schulpsychologen, Sozialarbeiter, Verwaltungsfachangestellte. Das sind alles Aufgaben, die momentan die Lehrkräfte machen, sodass sozusagen das Kerngeschäft des Unterrichtens immer weniger wird. Die Schule der Zukunft hätte viel mehr Wahlmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler und eben Freiraum zu eigenen Fragen und Forschungsthemen sich auszutauschen. Und die Schule der Zukunft, würde ich sagen, sollte die Noten gänzlich abschaffen und nur noch eine Information darüber haben, ob man ein bestimmtes Thema bestanden hat. Ich glaube schon, dass eine Kategorie wichtig ist zu sagen, also du hast es sozusagen erreicht, du kannst es. Von mir aus auch noch mit Auszeichnung, aber das war es, dann bestanden, nicht bestanden und mit Auszeichnung. Und ich glaube, es wäre viel sinnvoller, die Frage danach, ob man jetzt in einem bestimmten Studiengang studieren kann, dass das auf die Seite der Universitäten verlagert würde. Und da vielleicht auch noch einen letzten Satz zu. Ich glaube, dass das deshalb so wichtig ist, weil das momentane System einfach hochgradig unfair ist, weil wir ja auch wissen, dass die verschiedenen Notenschnitte beispielsweise in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Wenn aber jemand gar keinen Studienplatz kriegt, obwohl er eigentlich genauso gut wäre, in einer Klausur, die er jetzt momentan gar nicht schreiben kann, dann ist das unfair. Also ich glaube, da müsste man sich auf jeden Fall andere Wege für überlegen. Und wenn ich schon dabei bin, wünsche dir was zu spielen, dann würde meine Schule der Zukunft auch eine Gleitzeit haben. Und jeder, der wollte, könnte eine Stunde später kommen. In der ersten Stunde kann man dann entweder Hausaufgaben machen oder kollegial arbeiten oder eine Stunde länger bleiben. Ich wäre derjenige, der länger bleiben würde und es genießen würde, ein kleines bisschen länger zu schlafen. Okay, super. Herr Blume, Ihnen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Talk. Prima, Ihnen alles Gute. Und für die Zuschauer möchte ich den nächsten BZ-Talk ankündigen, der morgen zu hören und zu sehen ist. Das Thema wird sein, die Zukunft des Freiburger Zelt Musikfestivals. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017